Ich glaube für die meisten Marken wird es elementar wichtig sein, entweder ihre erklärungsbedürftigen Produkte mit Videos noch besser zu erläutern oder ihre Marke emotional erlebbar zu machen und das eben auch im Internet zu tun und für die allermeisten Marken ist es ein zentraler Erfolgsfaktor im Marketing für die Zukunft. YouTube kann Marken eine eigene Identität innerhalb der YouTube-Plattform geben, mit einem eigenen Channel, also Marken können dort eigene Channels eröffnen und das als Ausgangspunkt nehmen für ihre werblichen Aktivitäten bis hin zu der Möglichkeit, Videos auf ihrer eigenen Webseite nochmal zu spiegeln.